Willkommen zurück! Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir um die Welt zu reisen. Wo sollen wir heute hingehen? Berühre die Postkarte, um unser tolles Haarstyling-Abenteuer zu beginnen. Alle an Bord! Yippie! Blütenblätter riechen vielleicht gut, aber du musst sie auswirfen, bevor sie sich noch weiter verheddern. Halte deinen Finger über die Haare und bewege ihn, bis jede Strähne perfekt ist. Wähle an der Seite des Bildschirmes dein bevorzugtes Sonsier-Utensil. Wenn du sassig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Ich finde es super, wie du das Album gibst. Hallo Welt! Hier kommen wir! Ich wusste, dass die Japaner fortschrittliche Technologien haben. Die Zukunft des Haar-Stylings! Genau so! Bist du bereit für die große Enthüllung? So hübsch! Du bist ein Genie! Hier ist etwas für dein Album. Ich erinnere mich an diesen Tag. Alle an Bord! Was sollt ihr tun? Das komplette Chaos richten oder die guten Frisuren perfektionieren? Die Haarverlängerung! Genau so! Der Dutt-Binder! Der Wellenstab! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Das Abenteuer beginnt! Bist du fertig? Wähle an der Seite des Bildschirmes dein bevorzugtes Künstierutensil. Deine Arbeit ist so gut wie eine meiner Erdbeerkrugens. Das ist so viel besser! Glückwunsch! Ich finde es super, dass du das Album! Los geht's! Was sollt ihr tun? Das komplette Chaos richten oder die guten Frisuren perfektionieren? Es sieht schon besser aus! Bist du bereit für die große Enthüllung? Es ist perfekt! Absolut bärenstark! Gut gemacht! Sehen wir mal, wie dieses Teil auf die Seite passt! Hallo Welt! Hier kommen wir! Es sieht schon besser aus! Wenn es eine Olympiane im Haar-Styling gäbe, würdest du Gold gewinnen! Die Bärenbürste! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast! Hallo Welt! Hier kommen wir! Wähle an der Seite des Bildschirmes dein bevorzugtes Frisierutensil! Deine Arbeit ist so gut wie einer meiner Erdbeerkuchen! Gut gemacht! Ein Zeichen meiner Wertschätzung! Ich finde es super, wie du das Album gestaltest! Das Abenteuer beginnt! Ich spüre eine neue Frisur kommen! Hallo Himbeer hat die Trends dieser Stadt wirklich gut eingefangen! Mal sehen, ob wir die Haare auch so stylen können! Bist du bereit für die große Enthüllung? Umwerfend! Du bist ein Genie! Hier ist etwas für dein Album! Ich erinnere mich an diesen Tag! Hallo Welt! Hier kommen wir! Es sieht schon besser aus! Die Haarverlängerung! Berühre eine beliebige Haarsträhne mit der Schere, um die gewünschte Länge abzuschneiden! Alle Achtung! Die Bürste! Das Glätteisen! Bewege deinen Finger mit diesem Frisierutensil hoch und runter, um sofort geflochtene Zöpfe zu erhalten! Wenn es eine Olympiade im Haarstyling gäbe, würdest du Gold gewinnen! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast! Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast! Wunderbar! Du hast dir eine Belohnung verdient! Das Abenteuer beginnt! Ich spüre eine neue Frisur kommen! Blütenblätter riechen vielleicht gut, aber du musst sie ausbürsten, bevor sie sich noch weiter verheddern! Alle Achtung! Du hast sie in Ordnung gebracht! Glückwunsch! Ein perfektes Andenken an einen perfekten Urlaub! Blütenblätter riechen! Blütenblätter riechen! Hallo, Welt! Hier kommen wir! Hanno Himbeer hat die Trends dieser Stadt wirklich gut eingefangen! Mal sehen, ob wir die Haare auch so stylen können! Bist du bereit für die große Enthüllung? So hübsch! Du bist ein Genie! Hier ist etwas für dein Album. Ich erinnere mich an diesen Tag. Hallo Welt! Hier kommen wir! Japan ist so inspirierend. Ich spüre die Ankunft einer tollen Frisur. Mit diesem Frisierutensil ist es einfach, Blumen in dein Haar zu stecken. Berühre einfach eine Strähne. Voila! Die Blumenbürste! Wenn es eine Olympiade im Haarstyling gäbe, würdest du Gold gewinnen. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Los geht's! Los geht's! Du, das komplette Chaos richten oder die guten Frisuren perfektionieren. Wähle an der Seite des Bildschirmes dein bevorzugtes Frisierutensil. Es sieht schon besser aus. Das ist so viel besser. Du hast das verdient. Ich finde es super, wie du das Album gestaltest. Das Abenteuer beginnt. Es ist so ein schöner Tag heute. Tauschen wir mit den Modefans in Harajuku Haargeheimnisse aus. Hanni Himbeer hat die Trends dieser Stadt wirklich gut eingefangen. Mal sehen, ob wir die Haare auch so stylen können. Deine Arbeit ist so. Bist du bereit für die große Enthüllung? Es ist perfekt. Absolut bärenstark. Gut gemacht. Sehen wir mal, wie dieses Teil auf die Seite passt. Los geht's! Da du jetzt ein Experte bezüglich der Frisuren dieser Stadt bist, lass den Künstler in dir freien Lauf und gib ihnen deinen eigenen Stil. Die Schere. Der Duttbinder. Der Lockenstab. Wenn es eine Olympiade im Haarstyling gäbe, würdest du Gold gewinnen. Mit dem Präzisionstrockner kannst du mehrere Strähnen gleichzeitig bearbeiten. Es sieht schon besser aus. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn du fertig bist, tippe das Geschenk an, um die Belohnung zu sehen, die du verdient hast. Wenn Haare reden könnten, würden sie dir ein Loblied singen. Blättere durch die Saiten deines Albums, um jedes Ziel zu erkunden. Leoper durch die Schöne für die Belohnung zu sehen, um die Dore nach zu führen. Die Musik avoid Zeitung mitvergروح tips, um bis zu unserer Besuchung zu sehen, der